Hallo zurück bei TV TV. Heute geht es per Bahn nach Flensburg in meine Heimatstadt quasi, also in die Stadt der Nähe meines Heimatortes. Und da ist heute die Tattoo-Convention. Und ich dachte, ich nehme euch mal mit in der Hoffnung, dass es so etwas Spannendes zu sehen gibt. Und momentan stehe ich am Bahnsteig und warte darauf, dass die Streiken in Süd gefahren. Mal sehen, was sonst so passiert. driveige E richness noch r dann nicht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Und weil das Video nur mit Tattoo Convention ein bisschen zu kurz geworden wäre, habe ich hier noch ein paar Eindrücke von einer Hafenrundfahrt und vom Fahrendi-Urlaub-Konzert in Hamburg mit reingenommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Konzert war großartig. Ich wünsche eine angenehme Woche. Tschüss!